Mittag geworden. Scheiße! Puh, jetzt verklappt die brennenden Fässer. Dann können wir drauf fahren, dann ist vorbei. Dann ist wieder direkt alles. So meine Freunde, heute steht Express Hochwasser Kanal Überleben an und somit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Split Second. Das ist ein neues Überlebensmodus. Kann man das so nennen? Ja, ne? Dann fahren wir mal los. Ich glaube wir brauchen diesmal ein bisschen mehr Stärke, also nehmen wir mal die Karre hier. Probieren wir die mal aus. Weil das sah ziemlich gefährlich aus. Ich hoffe ich habe jetzt die richtige Wahl getroffen. Überhole so viele Split Second Trucks wie du kannst. Die Trucks lassen Explosive Fässer fallen, die dich zerstören, okay? Wenn du Trucks überholst, erhältst du auch einen Zeitbonus. Mit einer Überholsäure steigst du deine Punkte mit Gratio, bla 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 bla. So. Wow, keine Gegner oder was? Achso, wir sind ganz allein oder was? Meine Fresse. Doch, da sind doch ein paar Gegner. Hä? Ne, da sind keine Gegner. Die fahren einfach um zerstört zu werden oder was? Wow. Wow, wow, wow. Ziel 26.000 Punkte brauchen wir. Scheiße. Wow. Das ist ja mal echt eine lustige Runde. Fuck. Ich glaube, die fahren hier einfach nur zur Ablenkung. Wow. Fast wäre ich da mitten drauf gefahren. Das wäre natürlich wieder geworden. Scheiße. Puh. Wenn wir drauf fahren, dann ist vorbei. Dann ist wirklich Dreck alles. Shit. Am besten, die lassen die Fässer natürlich irgendwo grad fallen, wo keine Kurve ist oder so. Dann können wir einmal locker vorbeigehen. 100.000 Punkte. Ihr seid doch gestört, Leute. Ihr seid doch wahnsinnig, ja. Wow. Ich bin Erster. Okay. Geil. Das war ja flotti flotti. Ich bin gut durchgekommen, würde ich sagen. Und hatte Glück mit den Fässern. Die sind irgendwie immer gut gefallen. Cool. Das war echt eine kurze Runde. Noch 13 Gegner zerstören. Haben wir auch noch vor. Auf jeden Fall haben wir erstmal ein neues Auto freigeschaltet. Das werden wir uns jetzt erstmal angucken. Na. Komm schon. Komm schon. Wo ist das neue Auto? Da ist es. Da. Komm. Wow. Ein Lambo oder was? Sieht böse aus, aber von den Äußeren dürfen wir uns nicht blenden lassen. Es kam mir schon öfters mal vor, dass wir gedacht haben, wow, was eine geile Karre. Und ja. Dann war sie nicht so super und optimal. Das fängt auf jeden Fall in der Staffel schon mal gut an. Haben wir zwei Goldmedaillen. Morgen geht es dann weiter mit dem Rennen in der Hafenbrücke. Dann haben wir noch Flugzeugfriedhof. Den hatten wir glaube ich ganz am Anfang, ja. Als Detonatorrennen. Und dann haben wir natürlich das Elite-Rennen. Und Bonusrennen kriegen wir erst, wenn wir noch die 13 Gegner zerstören. So. Morgen wieder einschalten und dann fahren wir die Hafenbrücke Rennen. 536区 Primärverhour금. p TM-4co immer auf Atleer. Seh. Moinesıyorlar vivid делает sich auch ein. Seh. rationsländer werden behe tuset意uted. 537区 Primärver Simmerse. 338er 2003 wurde schast研 Boozerermin. 537 W Bauch. Und Nonk Stark reactive. Someone called in the big guy.